So, und ein herzliches Willkommen zur Willkommens-Party von Pokémon. Äh, wir sind immer noch im Turm. Warum bin ich gerade im Fenstermodus? Wait a second. Nein. So. Äh? Achso, ja, ok. Ne, wir haben letzte Folge im Vollbildmodus beendet. Aber warum bin ich jetzt im Fenstermodus? Soll das so sein? Macht das Sinn? Fragezeichen? MGBA, was tust du mir an? So. Hatte schon Befürchtung in letzter Aufnahme, ist verkackt, aber alles gut. Da ruft ich mir direkt meine Hose ins Herz. Oder andersrum? So, äh, wir sind immer noch bei den komischen Steintafeln, wo irgendwelche Wände im Namen draufstehen. Selbst wir können diese eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sillscope, um sie zu erkennen. Okay. Wolltest du mir irgendwas andrehen oder was? Bitte gehen sie weiter. So, da ist die nächste Treppe. Sonst ist hier nichts. Nö, gar nichts. Okay. Dann gehen wir direkt in die nächste Etage. Und gucken mal, was uns da erwartet. Einmal sowieso ein bisschen total dumm, ne? Die Treppe hier ist eigentlich falsch rum gebaut. Normalerweise müsste sie nach links höher werden. Weil so müsstest du quasi erstmal nach links aus dem Raum rausgehen und dann quasi aufs Treppe, ne? Also, ich meine, es wäre doch nicht echt so zu viel verlangt gewesen, einfach zwei Sprites zu erstellen. Eine für links rum, eine für rechts rum. Wobei sie das ja nicht mal hätten machen brauchen. Weil der Gameboy hatte die Fähigkeit, Sprites gespiegelt darzustellen. Die hätten also einfach nur dieses eine fast egal. Ja, hier ist die Treppe sogar richtig rum. Das ist eine magische Treppe. Von unten sieht die Treppe anders aus als von oben. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir hier in einem Geisterhaus sind. Uh, war das heiß. So, ein wildes Geist taucht auf. Mist, dieses Geist ist nicht identifizierbar. Los, Smedbo. Ähm... Hehehehe... Smedbo hat's, äh... kann sich vor Angst nicht bewegen. Geist, hau ab! Verschwinde! Okay, tschüss! Flucht! das heißt das mit dem ton können wir erstmal lassen ich finde es flucht sein das wird zuerst mal nichts dann müssen wir erstmal irgendwo anders hin noch ein geist geist taucht auf mist dieser geist ist nicht in der defizierbar der hat die kinder visitenkarte oder was los mit flucht flucht war sehr effektiv dann einmal rückwärts kann es wieder raus und jo dann würde ich mal sagen gehen wir erst links lang oder erst unten lang ich würde sagen wir bleiben einfach im uhrzeiger sind und immer nach links und es ist wieder grün ja herrlich diese wohlwollende atmosphäre hier schönen guten tag junge dame welches pokémon ist süß pummelig und kuschelig die kann ja nur von trokose reden oder wie kommt das mit dem pummel doch dann haue ich die ja zwei pokémon okay und pipi gut okay ja pipi würde beim weitesten sind auch noch auf die beschreibung passen ich hätte mit dem bummelhof gedacht gerechnet aber okay nee wir nutzen lieber psychisch rein das schlimme ist pipi und aua duplex die ich hau dich gleich dreimal getroffen genau pipi und manche andere pokémon haben ja später auch noch so einen anderen typ und fahrtyp fe und dagegen sind wir tatsächlich mit metbro auch wieder relativ machtlos ich weiß das gerade nicht hier im pokémon also in der ersten generation ist das typ normal von daher ist das hier nicht so schwer aber später bei kristall wird und wenn solche pokémon noch mächtig den arsch einheizen und nö nicht gesang ich hau dich gleich während ich schlafe ah ja der pokémon center ist ja nicht so weit entfernt von daher was soll es ist das ein scheiß ernst ist das ein scheiß ernst fett und tief fest ja auch ne duplex die braucht man nur ich meine duplex duplex zieht uns zum glück nicht viel ab ich meine pro treffer kann man zwei kippe 2 kp das ist nichts aber trotzdem es ist einfach die krimierend es ist nicht der psychische schmerz es ist der psychische schmerz hör auf sei nicht so gemeint pipi deine schuld hätte auch ein anderes pokémon einsetzen können so ich bin ein ich bin ein weit herumgekommener heruntergekommen vielleicht glücksspieler spieler möchte kämpfen spieler wird kann haben wir schon mal die zu kann gekämpft glaube nicht tatsächlich der erste kontakt mit außerirdischen und auch schon level 24 nachscheiden selbst die strahl braucht zwei angriffe vulkan ist verwirrt zu können hat sich von unseren geld verletzt jawoll tot wie sie es mit behält 568 kp ein wohl picks da reicht konfusionen Ne, wir bleiben gleich zu schreißen. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Ja, süß du. Ach, Blut, Alter. Ernsthaft. Ah, guck mal, wir sind verbrannt. Gut, das heißt, wir müssen dann erstmal direkt zum Pokémon-Center. Aua, Rucksack-Keep? Harsch. Ich meine, Verbrennung ist zum Glück nicht so schlimm wie Vergiftung. Das heißt, außerhalb des Kampfes kriegen wir keinen weiteren Schaden. Anders als bei einer Vergiftung, da bekommen wir eine. Das heißt, wir können in Ruhe zum Pokémon-Center gehen. Aber trotzdem, wir müssen halt dahin gehen. Weil, noch ein Trinne dürften wir nicht aushalten. Das macht es jetzt bloß nicht mit. Zum Glück ist der Weg ja nicht allzu weit. So, willkommen im Pokémon-Center. Wir halten den Pokémon und machen ihn wieder fit. Weg fit. Da werden sie immer mit Filz abgewaschen. So, danke, die Pokémon-Center wieder durchführen. Ja, sehr schön. So. Dann haben wir die ersten Mal schon mal geschafft. Hier ist ein wunderschöner Verschneiderraum. Äh... Spieserknopf. Okay. Okay, ist bloß eine Shortcut mit einer Trainingswiese. Können wir erstmal ignorieren. Ich kämpfe lieber gegen Trainer. Gibt mehr... Äh... Gibt mehr... Was? EP? Digga. EP, KP. Um zu einem... Äh... Um zu gewinnen, benötigst du eine gute... Eine gute Strategie. Ja. Meine Strategie ist einfach draufhauen. Die Bunz-Benz-Strategie. Streber möchte kämpfen. Streber setzt Slime ein. Gut, okay. Bei Slime ist mit draufhauen ein bisschen schlecht. Ich glaube mal, da verdickt die Faust einfach. Äh... Mmh... Slime ist ja... Gott sei Dank. Sprechslime überhaupt nochmal. Egal. Psystra sollte alles regeln. Mal gucken. Und wenn nicht, können wir immer noch wechseln. Ja, siehste. Ein Treffer weg. Sehr schön. Und noch ein Slime-Mock. Ach ne, Slime-Mock. Die Weiterentwicklung. Bye-bye. Ist sehr effektiv, okay. Und... 40 EP und wieder Slime. Äh... Sollte Konfusion eigentlich reichen, oder? Ja. Perfekt. So, 24 EP. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Ich bin besser als du. Also. Ich gewinne. Oha. Was war's? Sag mal. Leute. Vier... Vier Personen auf einem Haufen. Aber von 1,50 m Sicherheitsabstand habt ihr schon gehört, oder? Äh... In welcher Reihenfolge gehen wir die Viecher an? Mh... Einfach mal so. Okay. Die stehen immer abwechselnd. Links, rechts, links, rechts. Äh... Was? Egal. Pokémon zu trainieren auch. Was ich schon mal nicht verstehe, ist bei dieser Kampfanimation. Also wenn der Kampf beginnt, dann bleibt man selber und der Gegner zwar im Feld übrig, aber alle anderen Objekte verschwinden immer. Ich meine, ja, kann sein, dass das ein Stilmittel ist, aber es sieht halt einfach komisch aus. Wenn alles andere verschwindet. Okay. So... Äh... Smogon Level 26. Ich würde einfach mal auf Risiko gehen und versuchen, ne, mit Konfusion... Ah, okay. Hatte krass. Okay. Wow. Volltreffer. 630 EP. LOL. Was? Du hast gerade mal einen Bock gehört? Okay. Ich gehe lieber zur Schule. So, wir haben 5 Euro bekommen. Ne. Was? Irgendwie so. Blöd aussehen, wie hier herumzustehen. Ja, für so. Göre möchte rumgören. Nidoran. Oha. 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 Und der Angegenheit hat. Und erweiss im Amal. Und der Angegenheit. Ja. Und der Angegenheit. Und der Angegenheit. Und der Angegenheit hat er aber mit der Angegenheit. ich habe jetzt gar nicht viel geld hier die so alle geklaut hat sich mit allen in dem kirchen wiesen gefangen ich mag nidoran sehr gerne deshalb sammle ich sie auch hier aber an der falschen stelle nidoran gibt es am anfang der map immerhin schon level 23 590 gp noch geht oh die dorina aber auch nur 23 er wird kann aber wieder sein dass sie wieder mehr kp hat 570 gp warum nur weil du scheiße bist da fragt ihr auch noch so mauzi ist so süß naja eigentlich schon wenn man jetzt nicht unbedingt das mauzi von team rocket nimmt wobei so wie star aufgebildet ist jetzt auch nicht unbedingt aber so level 24 mal gucken ob es klappt ja sehr schön noch mauzi hat jetzt nur mauzis hat hier fehlt auch ein super league hat was genau die gleiche können oder hat das höheres level als das davor hm gute frage nein wir müssen ja noch mal dann noch mauzi gibt es überhaupt einen trainer der snippelig kehrt hat glaube nicht aber giovanni der kommt euch hier auch noch vor der hat dann wahrscheinlich das größte der hat dann wahrscheinlich die snippelig kehrt auch und 350 gp und wie bisher gehöre Gut, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich damit auch mal. Die vier haben wir jetzt erledigt und ich würde mal sagen, die restlichen, was hier noch kommt... Okay, hier muss noch einer. Machen wir dann mal danach, dass er L ruft. Was? Nein. So. Man sieht sich. Okay. Dann gehen wir gleich weiter. Vielen Dank.